Hallo und willkommen zurück zu Let's play my summer car. Let's part, im ersten Part, beziehungsweise haben wir einen Motor, ja ich wirf einen Motorblock, so einen Moment, ähm, wir haben Kölben einbaut, und alle Kölben einbaut, und einzelt. Da ist so, da haben wir ein Zylinderkopf, Affe, da hat jetzt ich, um das, Drivegear, soll sein, zack, Zylinderkopf, ah, da passt ein bisschen so. Gut. 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 Gut, ich sehe jetzt Jan, wann? Das war ich schon gesagt im letzten Part, ich sehe die drei Momenten, mhm. Gut, jetzt wieder ein Konform, ähm, noch ein Wolle. oder soll das noch gewollt sein was war sinnst was war sinnst wenn es nicht noch gewollt ist was soll ich jetzt durch den TDA-Bahn kanzer brauchen wir wieder angerissen der passt gut gut jetzt vielleicht noch wollen ja komm schon du brauchst doch eine nockenbrille sonst tust du nicht laufen sonst hast du falsche steuerzeiten bzw gar keine steuerzeiten nur hmmm seiten wir alternativ noch öl fällt auf jeden fall nicht das Wasser pumpen wir auch nicht total sinnfrei wenn ich es jetzt eh baue das kann man auch nicht vorstellen also ich halt momentan noch für am sinnvollsten camshaft was da den noch siehst oh weggeschmissen oh du hast du hast du hast du hast du hast ähm noch mal hä äh wer ist die noch dabei ist die dort drin die kann ich auch gar nicht festschrauben oder mal den festschrauben meine das spül von mir wohl sparen lassen sie wenn sie beim umlohn 12 zeigen wir schon gut hm da mit schlinderkopfdichtung du bist ein fulltip f das ist f f f f f f f Kann ich nicht einfach gleich D schaumassen? Du bist ein Fulltap Ich glaube ich muss eher so oft nochmal Die hat die Slinderkopfdichtung nicht eingebaut Dass er auch das Skierhors geht und das Kölbos so abbaut Gut So Jetzt mal die Slinderkopf nochmal aufbauen Vielleicht war der so groß wo auch rum So Na gut das hat den Vorteil Da haben wir auf den Nockenballen hin kommen Da da unten liegen die Nockenballen Pfff So jetzt gemacht Hä? Was hat du gefunden? Also die Slinderkopfdichtung Ähm 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 Ich schaue Ich schaue Doch Du findest du eher schon garm so zack 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 oh fuck you durchscht ja durchscht lauf und von hierher das sagt man trotz auch oh kämpft voll die hier gut was sollen das für schrauben sein zum bild durchscht oh soll die dann zum bild durchscht oder oder kann sein das mal so bauen wir das wieder zusammen gut haben wir jetzt eine bedeutungsdichtung oder sowas anscheinend nicht so schau mal nicht was das war das war das eigentlich nur 11 steigen was ist das was ist das ist ist das ist das ist das ist das ist das ist das das ist das das ist nicht mehr das ist dass ist gut ist gut gott und dann wollen wir ganz 那个 raus oder da auch und da brauchen wir eben voll dies oh jetzt ein scheiß bald meinet oder? oder doch? wir kehren das hier ich glaube das ist von der Nockenwellen ich glaube das ist von der Nockenwellen oder? war jetzt ein Kackbad oder nicht bitte sag das mir oh weh nicht, kurz so gut was ist jetzt das da, ist das Kupplung? ja das ist alles von der Kupplung das ist der Zahnräum das ist der Kupplung ich meine da ohne kehren oder? oder da? nein halt da ach ja aber weil da und da ist die Zeit da kommt ein Kupplung wie ohne genau habe ich jetzt wo eine übersprung Hunger gehts du alter ich da oder so ah ah shit Hunger Hunger z��어 Hunger сл� Hunger Hunger Was ist das? Was ist eigentlich das? Don't be lazy fix your dad's old cow uncle blue Can't be alone don't drink Okay Ich baue ihn schon so um den Modul Und dann der Rest zum Auto Zon Riemann Oder Steier Nein, heute ist Steierkaden Aber mir fällt doch noch irgendwas Oder? Oh So Flywheel Oh das brauche ich noch mal Soll ich das schon nicht bauen Schwungradl Wo von mir aus Mir doch egal Weil Nu Oh so zu weit zu gut und steierkeden dann fallen eigentlich nur mehr das ganze dichtungskrumpf mit Malditos oder? oder? nöööööö bau de kack dichtung ohne ist doch die oder? doch die richtung das oder die jahre dafür bauen nein Ich mach das Schwungrad nochmal, äh, Ding nochmal, oder? Ich kann es auch. Aber ziemlich groß sein. Dead. No. Dead. No. Dead. Ah. Jugger uns erst. Nutzer. Und dann muss ich jetzt so eine E-Zone gehen. Kann man doch nicht. Oh. Oh. So eine E-Zone dann passt. Und jetzt muss ich nicht gehen. Weil wenn eine E-Z nicht, dann ist die E-Zone. Und dann ist das so. Oh. 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 Die ist doch die Dichtung. Was weißen, sinds du? Naja, gut. Ich muss sagen, für den Part klangts wieder. Wir haben den Motor ja schon ziemlich weit. Ich sag, danke fürs Zuschauen und bis dann und tschau.